so diesmal die team ausgewogen hätte auch ein okay vielleicht macht er diesmal ich wechsle diesmal die teams durch nicht dass ich gerne nicht gerne mit baby spielen würde mein gott das ist alles alles gut aber mal so ein bisschen neue teams wäre cool all den hacker hacker der 717 das kann ja was geben na dann los ja ich bin mal mit jemand andern ich nicht wir sind diesmal team grün ich bin team lilla zumindest die farben wechseln sie immer mal wieder durch ist aber jetzt auch ein anderer host der links auch nicht mehr dabei der ist es nicht mehr dabei finde ich auch nicht mehr hier bei den teams in okay alles gut aber wieder die zwei ninja gamer und dieser lille exkurs die sind wieder zusammen da wie gesagt im letzten letzten und haben sie weiter nichts gemeldet zu melden bekommen aber dann wurde er von mir schon weg geholt aber davor die zwei runden haben sie ja gewonnen jetzt unsere vierte runde schon aber ich finde ich finde mich ziemlich witzig den modus muss ich sagen gerade mit so vielen leuten so warte mal verstehen die müssten nur wo oben stehen zumindest wird das ding oben angezeigt gefühlt habe ich es ja auch noch nicht gesehen aber ich weiß nicht wo ich stehe nur da hinten hat diese gerade mit dem orange zugange auch gehen wir nicht auf den sack da scheiße tot scheiße ja die orange system oder wird es auch von der ab von der seite holen sie sich da holt sich dann noch lila damit ja die sind alle aufeinander gewesen gerade also die die morangen steht hinterm bus schade dass du keine raketen oder so drin hast aber ich habe da wird immer ein unfair werden schöner sniper schulte schaut auf den ein da sind die in der bus tot ja 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 die sind weg aber oben auf dem dach steht pink der zieht ein sniper in meiner richtung sehr vorsichtig der hat den einen schönen weg ist so weit hat den orangen gab er ist nach unten jetzt gesprungen der steht jetzt da unten an der ecke naja der steht hinter der kiste naja der kriegt aber auch mit halb hälfte viertel rot zack 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 doch ein bisschen wenn du willst kriegst du den auch die müssten glaube ich außerhalb des dings sein er hat nichts mehr den kannst du so weg hat man jetzt der kommt auch gar nicht mehr raus wenn er jetzt hoch geht hat da hast du den du musst dich nur auf diesen spezifiko konzentrieren ja pass auf der jetzt hält er sich wieder auf als ein partner in der nähe ist ich sehe den nur nicht gerade naja ist er wieder raus aus der ecke da das hat er clever gemacht pass auf der geht aufs dach jetzt wo ist der auf dem dach oben oben auf dem dach ja wunderbar schön wie gesagt wenn wir nicht gewinnen hier wenigstens es wenigstens einer von uns der verfolgs erlebnis hat mit 15.000 für gekriegt noch lebt nur eine runde naja wo gerade ist er war ja gerade die erste runde und dann müsst ihr ja nur gewinnen aber ob es jetzt auch die längste runde muss ich mal sagen ja naja weil die ja relativ lange gezogen hat ja aber wie gesagt ich mal ich habe spaß gerade im spiel an dem modus ich bin auf dem dach gestanden ja das problem ist halt dass mein team kollege mich schon wieder am stich der ist wieder und die rennen immer weg ja verstehe das nicht dass man zusammenbleiben muss ich habe das schön gesehen ich dachte mir moment da steht irgendwo der punkt bei jeder der der die 0 zu der frage baby die taktik gerade war super ja also daumen hoch was denn der frontflip vom dach runter auf den drücken ist immer eine gute taktik sind die denn ich habe sie gerade da der heim ist oben auf dem dach noch stehen irgendwo ich gehe noch hinter der meinte der hauswand okay er geht auch nach der noch nach welches dach recht ist doch das recht das recht schräg vor dir das da ok und der andere steht hinten noch in der ende in das vorenecke ich mit den anderen holen bewegt er sich der andere da steht genau davor die an der mülltonne das war jetzt relativ leichter win ja das war die sie das war jetzt nie sieke der springte auf die mülltonne darunter sind sowieso mal die besten die basur team spielen mitmachen und dann mittendrin ffk gehen müssen ja wie gesagt er war geschenkt der sieg das war klar ich habe das schwierig geworden dennoch zu holen wenn die beide aufeinander gestanden hätten zusammengespielt hatten aber wenigstens mal eine runde mal eine runde zu gewinnen so es geht mit mir gesprochen mit der sprich keiner ich weiß ich habe dich auch total gern ja der eine schon wieder da ist ja schon dass die man hier sind ja und wieder lässt sich nicht meinen kollege im stich und versteht den schwebmodus die man hier ist ja ich habe ihn doch ich habe ihn doch ich habe ihn doch ich lehne mich mal hier an ich lasse ich weiß nicht rein ich komme hinter dich ja die haben jetzt durch die granaten gefunden ja die haben natürlich den bus gesehen gefunden sind die scheiße typen egal alles gut zwar nicht zu machen kommt noch leben gleich wie hat sich gerade den kopf geschossen der kopf stand so an der wand dass der kopf direkt gegen die wand geklatscht ist schade 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 habe ich gesagt eine runde gewonnen ich habe mir kurz dein team partner schnell im 1 gegen 1 2 weg geholt und dann ja weil der wieder weggerannt ist der bleibt immer nicht ja ja der wie gesagt das ist 1 gegen 1 2 gegen mich geliefert habe ich gesehen auf der karte so fünf meter voneinander weg die stadt quasi der kinsicht nehmen dann da runde vier ja ja gut weil wir gesagt ich habe jeder einmal jetzt gewonnen wer jetzt gewinnt ist durch hat der modus gewonnen was klappst du denn da hinten so rum hä was klappst du denn da hinten so rum hä 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 so pink ist pink ist team habe ich mitgeholfen da war in sind wer ist jetzt auch noch drin die nein der hatte nichts mehr der hatte nichts mehr der typ ja aber ich habe noch geholfen ja du bist dazu gekommen ich weiß sonst hätte ich dann wieder gehabt scheiße scheiße du ein mischer alter du scheiß abstauber weißt du den hätte ich so gehabt den typen wäre weg gewesen das ding hätte ich gewonnen schon so kurz vor dem ende noch noch egal alles gut schade ich so kurz vor dem ende holt der mir noch den dem den sieg hier weg weil er hat nämlich die runde gewonnen wenn man das menschen nicht gewonnen da scheiß abstaubeide nicht so gab den typen schon wieder 1 gegen 1 ja dann habe ich mich an die an die ecke gestellt was haben wir denn jetzt überhaupt noch fünf wir haben jetzt vier gespielt das war die zwei noch mal wir wollten jetzt vier spielen ja genau